herzlich willkommen zu unserem ls 22 rp quick grow level up und wir sind hier immer noch dabei mit unserem feldversuch und der liebe wolle ist auch schon wieder bei unseren feldern beschäftigt und wir kümmern uns gleich um unsere ballen wie sieht es bei dir aus den allerletzten rest ab ja ich bin du bist ja mit kartoffelernten jetzt fertig wir haben 26.000 813 liter okay super weil ich bin gerade aus schosser wo ich denn jetzt noch nicht mehr jetzt wieder weg bringen man weiß es nicht wen denn den grimme nein sagte bitte bescheid dass alles fertig ist gut mache ich kurz zu hohen kammer ja ich komme mit ja und ich laufe natürlich auch einmal wieder zurück und hole unsere sachen wo ich bin gerade am dünnen auf 38 sehr gut ich hole jetzt unseren end und bringe die ballen weg über die hohe kammer ja die fabi akara auch schon wieder hallo wir sind fertig wir haben alles so am feld stehen lassen komplett genau und eine frage und zwar der händler hat uns gerade mitgeteilt wegen den wir haben die göbei bestellt erst mal eine andere frage wie ist denn das jetzt mit unserer mietmaschine weil wir sozusagen zwei folgen gebunden waren also die zwei folgen uns ja quasi wir von dem perk nichts hatten also bei bei einer sehe ich das ist das ja klar aber zwei sind schon ist ja schon die hälfte weg und auf ja könnt ihr doch ja gern doch mal bescheid sagen auf dann haben wir das perk wachstumsstufe genommen das wird mir gerne auf der 42 anwenden und zwar bevor vielleicht die nacht rum ist wenn das geht weil dann schallert ja noch mal doppelt und dann hat uns der händler zum ersten mal die was 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 will man sie mit den zieler mittel tank bei der göbei verwehrt da haben wir mal eine frage dazu und zwar warum also wir hatten das ja diesbezüglich extra abgeklärt und wir haben die jetzt wird er mal ausgeliehen und zweimal man gekriegt wir müssen abgeben dafür bitte also ihr kriegt im nacht ja mit dem sammelwagen schon mal fünf prozent plus ja und das haben wir ja genau das haben wir ja schon abgeklärt denn als wir in der hohen kammer waren und haben angerufen und haben gesagt nur zur info passt mal auf weil wenn man das gras in den ladewagen tut und dann wieder auslädt und reintut und wieder raus und wieder rein und so weiter kriegt man jedes mal fünf prozent mit dem sammelwagen ja das haben wir geklärt gehabt das weiß ich noch und als wir diesen hinweis geben haben dann haben wir gesagt mit der göweil dass wir zwei arbeitsschritte machen einmal tun wir ja gras aufsammeln und das andere mal tun wir silage herstellen dass wir da zweimal siliermittel benutzen das ist jetzt aber nicht mehr erlaubt oder wie es ist ja eigentlich ein zweiter arbeitsschritt ist jetzt die frage so ist jetzt da also unser kenntnisstand aktuell ohne da jetzt uns zu weit aus dem fenster lehnen zu wollen ist dass es genau diese diskussion gab und das zugesagt wurde das könnten wir noch das können wir noch mal separat einreichen und so die hohe kammer hat gesprochen hängst ihr mittel für die gewalt wie bitte eigentlich ihr mittel für die gewalt ja ja gut weil sich ein weil sich ein sohn weil sich zwei beschwert haben kriegen wir jetzt das weggenommen was wir zugesagt bekommen hatten da bin ich aber auch nicht gut aber ich will nicht diskutieren deswegen lassen wir es also deswegen sagen wir auch nichts ja gut dann ziehen wir gesenkt der haupt ist von dannen ja gut wieder hören ja wir müssen aber aus dem anderen noch auslagern da sagen wir bescheid sobald das ist ja wir reisen das andere dann einfach weg da hat der maschine bestehen was haben wir die maschinen die bei euch herum stunden welche maschinen ja ihr habt ja beim händler ganz viel maschinen stehen ja auf unserem feld weg damit auf unserem feld räume auf unserem feld ich habe alles kurz und quer der ist der feldweg der da ist er ist zugestellt ja aber das ist ja auch der wissen woran das liegt das liegt daran dass andere teams auf unserem feld ihre maschinen abstellen ja was übergucken was da steht ist das maschinen lag aus dem feld ja aber wir können da nichts dafür wenn die anderen ihre zeug abstellen mit oder woher in den maschinen ja 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 also wir haben schon weg hoffe ich bald wo sollen wir die denn hin tun am hof der steht da haben wir auch nur ein feld ja aber da sind direkt hier von hier unten der feldweg ist zugestellter schnee maschinen klar gesagt raus wir stellen wir die weg auch von dem feld ja hier wird platz jemand aufgeräumt auf dem mann doch aber das heißt ja nicht dass wir unsere maschinen weg kommen wenn man sich festgefahren darf man das fahrzeug zurücksetzen welches fahrzeug denn der fände ich hänge hier komplett am baum und an der maschine weil ich bin da ich bin da ich kümmer mich drum beauty ja gut da ist klar ich bin das boden einfach davon wir auch gegangen so gut die dankeschön ich gehe von aus ja gut merci gerne so dann sammeln wir den rest sein er durften wir nicht zu werden der halle können wir hinstellen mal gucken wie wir das machen klar wenn wir eine halle hinstellen so du wolle ja wir könnten auf feld 10 auch einfach eine halle für die maschinen stellen dann dürfte man da ja nichts mehr sagen jetzt haben wir aber auf der 25 schon da müssen wir die auf der 25 eine halle bauen nee geht ja nicht gehen nur lager lager und tierstelle auf dem zweiten feld also wilma jetzt nimmst du mal nicht übel aber das ist also das ist jetzt finde ich bitte quatschig muss ich jetzt mal ehrlich zugeben das finde ich jetzt blödsinn weil er doch die bank mal an der seite an dass er sich herum schiebt und dann ja das problem ist die am rand spannend ich muss gucken wie ich dran kommt egal die kommen erst mal rüber aber was ist denn das wird die maschinen jetzt mal ohne witz wir haben uns ja extra das feld da unten holen dürfen wir jetzt unsere maschinen nicht mehr in dem feld aufstellen will ma ich weiß es nicht wolle kannst du nicht sagen ja wie siehst du das naja ich hätte halt gedacht das ist unser feld also warum dürfen wir auf unseren feldern nicht das machen was wir wollen und wenn wir da ein zirkus z hinstellen so ne ja vor allem wir haben uns ja das feld auch extra gekauft ja haben die nicht das letzte mal gesagt dass wir unsere sachen dort hinstellen können oder bin ich jetzt ganz dumm ich weiß es nicht ich kann es dir auch nicht mehr sagen ich komme da auch langsam glaube ich nicht mehr hinterher ja dann stellen wir die maschine auf die 75 ich weiß auch nicht wie es bei allen anderen ist muss ich dir sagen wo die ihre maschine mal so hinstellen ja auf unser feld unter anderem und das finde ich ja auch so gottlos die stehen ja teilweise auf unserem feld also von den beule und kleid die haben sachen drei sachen bei uns auf der 10 rumliegen warum fährt der nicht immer ja auch eine therapie sitzung bitte ja ich kann sie mir kannst du mir einmal eine therapie sitzung buchen ja nehmen wir zusammen ich weiß nicht dass ich das lager jetzt da unten sehr eng gestellt habe aber ich wollte halt so wenig wie möglich feld verschwenden ja das ist auch okay wie gesagt ich komme an manche ballen jetzt gerade nur sehr schlecht dran vor allen dingen ich kann auch keine auslagern warum ja das ist die frage weil ich die option gar nicht habe ja dann geh in die hohe kammer also bei beiden äh dings habe ich die option nicht bei beiden silos kann das rein werfen aber nicht nicht auslagern irgendwas also dass ich sie anwählen kann als produktion ich habe auch bei meinen produktionen nichts drin wenn ich escape drücke und an die ballen wo er da muss ich anders machen alles gut ja ich gehe mal kurz ja die ich werde die mit frontlader holen müssen ich werde mit dem sammelwagen komme ich nicht dran das kostet zu viel zeit aber ich sage jetzt erst mal dass ich hier keine option habe irgendwie was auszulagern die sind schon zurückgegeben hallo achso dritte frage oh tschuldigung tschuldigung ja bitte kurz in der wagen geht zurück zum thema also sehen ja ja hol mal unsere fahrzeuge in der zeit hierher ne aber es ist schon witzig ey der beschwert sich ein team und da wird direkt hier zack der riegel vor gehauen obwohl es uns zugesichert wurde ja schon das ist schon witzig weißt du was ich jetzt mal ich weiß bei die spritze fahr ich jetzt runter auf 10 da stehe ich hier ab so eigentlich kann bringen sie gleich zu 75 ich hole die sachen von da jetzt weg ich kann jetzt gerade eh nix machen ich komme runtergefahren zum lager also dass wir auf unser feld nicht denken was uns gehört wie ist jetzt ohne ich aber gut mein gott wissen sie halt der weiß jetzt nicht ob es hier ums prinzip geht oder um sinn und schwachsinn ich weiß es nicht am ende ist das irgendwie komisch wo man macht jetzt einfach nur noch wir dürfen ne das machen wir nicht genau das machen wir nicht wir werden uns trotzdem widersetzen und kämpfen für unser recht will war ok 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 hat mir den rechtsschutz gestern abgelaufen naja ist nicht dein ernst ich bin gespannt ob der dings noch auf unser feld gekommen ist der wachstumsstufe wenn du gerade nichts machen kannst kannst du mal gucken ob die 42 die wachstumsstufe gekriegt habe ich guck mal wie die ausschaut es ist ja wirklich auch nur ein grasfeld da unten ist jetzt die frage was das da wie die wachstumsstufe vorher war also es ist noch hellgrün wenn es in der ersten ist hat sich nichts getan so wo ist jetzt hier der ballensammelwagen ich bin da ich kläre das jetzt hier vielleicht vielleicht auch nicht meinst du geh weil die steht schon unten ja der ballensammelwagen steht da wenn du den 1050 hast ja hab ich dann tu mir bitte eingefallen dann habt ihr den größten sammelwagen vom feld 10 hab ich also der pöttinger ist das ja ne warte mal was hat man noch hat der große ja ja und ähm ich hab die ballen alle ausgelagert ja warum kannst du das und ich darf es nicht hast du produktion bei dir ja weil du äh weiter drücken musst äh da waren gras und silage ballen ich kann gar nichts auswählen ich darf reinwerfen und das war's ach so okay ja pass auf hol den großen wagen und sammelt das gras ein bitte ja dass wir die ballen wenigstens abgepresst kriegen ja ich fahr hoch das wär super will mir weißt du noch auf welchen feldern überall was lag also oben war ein hof direkt und die 50 war das was ist das denn für ein ballen scheiße äh 50 lag nur ein kleiner rest und oben äh hoch fällt okay was ist mit dem einen ballen mit welchem du hast grad gesagt was der eine ballen da ja da ist in vier liter stroh drin hä hä oh nicht dass das der ballen ist den sie uns äh mit dem rest der was noch in der göbald okay dankeschön 3 34 50 ja okay dann fahr ich richtig dann nehme ich das beides in einem schwung quasi mit wenn alles reinpasst du machst es richtig oh das ist aber jetzt blöd aber krass wenn ihr auf irgendwelchen gründen auf einmal kein farm schon mehr habt ne der den eingelagert oder aber wie kann ich denn da hoch zu 50 muss man irgendwo rein ne ja äh warte ich sie am hinter stehen lassen da hat doch einer äh 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 ja genau genau wir hatten das äh das wissen wir auch wie viel da ähm was wir da bekommen 15 super dass jetzt wieder dunkel ist wo man einfach nichts sieht ne da ist noch was als sie ja dann stoppt den mini rest nehmen wir hier auch aber wie immer nichts zu verschenken gell so will man ich mache jetzt hier die äh sammelt sie gerade die beiden ein und hier steht der guckt so komisch ja schönen guten abend ja ich hab da mal eine frage die die gehörer ist ja von ihnen gemietet ne ja warum steht die mitten auf dem weg weil wir die eben vom händler abholen konnten naja die steht seit 10 minuten da ja und aber sie können sie ja wenn es an der seite irgendwo parken gucken sie mal hier ist platz hier könnten sie sein packen ja nächstes mal werden wir aber auch machen nächstes mal danke für den hinweis super jetzt auch jetzt sofort hier weg ja sie sind sie dass wir gerade zu tun haben na sie haben dann schlepper da ja genau das nächste der nächste schritt den ich mache ist die gröweite wegfahren nun gut danke wiederhören wiederhören ei 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 äh jetzt muss ich das doch einfach nur abladen oder ah ja so will mir die beiden sind jetzt alle im neuen lager sehr gut passt oder ja ich glaube auf feld 50 war gar nicht mehr so viel ich meine ich sehe auch nicht viel bei Stumpel und so habe ich dir gesagt aber ich frage mich was die ganzen anderen geräte sind die hier rumstehen warum da sich kein mensch drum schert warum auch keine sau interessiert dass auf unserem feld die geräte stehen das haben wir doch vorhin in der hohenkammer extra angesprochen ist halt so wollen ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht so will man ich brauche jetzt mal die göbeil auf muss ich nur gucken wie rum ich die aufbau natürlich die wilde nummer hier ja pass mal auf dass es nicht wieder im weg steht ne die mach ich schon stand das ding überhaupt im weg ach ja die stand da auf dem weg aber ach was weiß ich keine ahnung der schleicht auch immer noch hier rum und guckt weiß nicht was mit denen los ist dann huste bitte nicht zu laut nee das ist schon abend ruhestörung und so ich baue die göbe jetzt hier auf und da passt das ring ring Fabi Ackerer Hallo Cordula hier ja servus ich habe mal eine kurze frage mhm ihr habt doch auch euer feld gerade geerntet ne von dem feldversuch ja seid ihr schon fertig damit ja dürfte ich fragen wie viel liter ihr rausbekommen habt also würdet ihr das sagen äh weizen ungefähr die hälfte kartoffeln ungefähr die hälfte gerste fast das was wir bekommen soll äh bringen sollten seid ihr denn nein wir beschweren uns nicht ehrlich nicht ich hab da kein euer feld ist nämlich exakt genauso groß wie unseres gewesen meint ihr ihr wert auf die geforderten mengen gekommen ne geht ja nicht weil das ganze feld war ja angesäht nein oder und es stand sogar in der quest dass das ganze feld nicht muss nicht das gesamte feld angesäht werden stand sogar in der quest aber ich stand auch also ich ich muss auch ehrlich dazu sagen steht halt auch drin feldversuch der versuch seid gescheitert wisst ihr noch was ob also wie ihr das feld noch weiter bearbeitet habt mit düngen und und sohn zeug wie gar nicht gar nicht haben wir auch schon überlegt okay naja weil nur gerade am händler gesagt wurde dass man das wohl hätte machen dürfen ja aber der bau war ja erst mal die geräte ja also ich weiß dass das war damals eine quest auf jeden fall das unkraut da weg zu spritzen das weiß ich noch das habe ich nämlich gemacht auf dem feld dann haben wir das auch gemacht ne unkraut hatten wir keins tatsächlich stimmt unkraut hatten wir keins auf dem feld aber wir haben doch sogar mist drauf naja wir hatten keine unkraut weil wir es auch gespritzt haben ach so ja ach so du meinst jetzt gerade hatte ja kein unkraut ja okay ja so hätten wir wenn wir die quest nicht gemacht hätten wir unkraut gehabt ja ja ich dachte damals hattet ihr schon kein unkraut ne unkraut hatten wir uns vor allem wir haben ja auch mist auf das feld war ja auch die quest ja das weiß ich eben nicht mehr okay eine quest war mist mit miststreuer sind wir darüber gehebelt wenn mich nicht alles täuscht okay also dann finde ich es aber echt fraglich wie das wie man da auf die lita kommen soll ich glaube da hätte man gar nicht drauf kommen können das feld der seitenstecher ist auch größer als unseres haben die es geschafft ne das weiß ich noch nicht habe ich noch nicht nachgefragt aber die haben also minimal aber ein bisschen größer als ihr feld ich hatte nur gesehen dass sowohl ihr als auch die anderen halt das gesamte feld angesäht haben ja wir hatten das ja damals auch ausgerechnet aber ich weiß ja nicht ob das überhaupt hin hätte hinkommen können jetzt ja wäre mal interessant gewesen okay und ich wollte da nur einmal hören wie es bei euch alles klar war alles klar dann noch euch einen schönen tag euch auch tschüss so wilma ja glaubt da schieben welche ich glaub da schieben welche ganz schön panik weil sie hinten liegen ja gut aber bei solchen punkten ich glaube wir wären da nicht anders wie bitte ich glaube wenn es uns so gehen würde wären wir da ja nicht anders und würden gucken wo dran es vielleicht liegt ne also nachfragen wie wie groß war das feld was durftet ihr da noch dran machen ich glaube solche frage nein du hast es gerade null verstanden wie ich meine nicht dass die beulung kleid achso die geht sich ja auch nicht alle zwei minuten der hohen kammer beschweren über uns aber wahrscheinlich liegen wir schon gar nicht mehr vorne meinst du nicht achso aus gründen ne ja ich erinnere mich was du sagtest ja hast du schon das erste gras am start ja ich also ich bin jetzt hier auf feld 34 und sammelt hier den rest ein ich glaube sogar dass ich es leer kriegen ansonsten bleibt nur ganz wenig liegen hab jetzt 70 prozent ok weißt du schon sorry warst du schon an der gewalt nee nee bei unten ist alles fertig du kannst in mich rein pumpen sehr gut dann werde ich das sobald ich da bin machen so ist aber auch ein mist alles und wir leihen denen auch noch diesen sammelwagen aus ne schön blöd ja ich erinnere mich ich erinnere mich schön blöd ich stehe gar nicht wo der weg hier blockiert sein soll achso hier wegen dem schneidwerk äh gott der schneidwerk steht nicht mal auf dem weg was wird denn hier erzählt gerade ist jetzt noch kurz ein stückchen vor ich hoffe ich habe hier gleich alles du siehst ja auch nichts ne woran sehen wir denn eigentlich wann unsere ballen fertig sind oh ja jetzt weiß ich gar nicht wie das da mit dem silo ach doch ich denke mal er wird jetzt anzeigen dass da grasballen drin sind dann wird er irgendwann umspringen dass es silageballen sind oder die man dann rausholen kann das wäre jetzt so meine vermutung ok also muss man dann immer gucken ich schätze mal ja also ich glaube nicht dass es wie in einem fahrsilo ist dass du eine benachrichtigung kriegst also aber ich weiß es halt nicht wie sieht es denn aus jetzt mit dem zeug ich habe hier jetzt den rest ich komme gleich runter bist du fertig dann ja wenn ich alles gefunden habe hier bei der dunkelheit aber ich gehe jetzt mal von aus ich komme jetzt zurück ich gehe jetzt das ich gehe jetzt ich gehe jetzt dann Ja, das ist halt schwierig, ne? Ich verstehe manche Sachen halt irgendwie nicht. Aber deswegen sage ich halt auch einfach einfach nur machen und gut ist. Ich habe euch ja vorhin meinen Part dazu gesagt. Ähm. Und deswegen, boah, wir machen nur noch. Wir machen jetzt hier einfach nur noch. Ich hoffe, dass das mit der Göber jetzt gleich problemlos klappt. Dass wir das da reinkommen. Ihr hattet doch auch gesagt... Wisst ihr noch, wer das war, wer uns gesagt hat, wir dürfen die Sachen bei Feld 10 hinstellen? Weil es war ja die... Wir hatten ja gesagt, wir würden gerne unseren Hof umlagern. Da hieß es nö. Da haben wir gesagt, dürfen wir... Doch, ist richtig, ne? Wir hatten gefragt, dürfen wir unsere Sachen so dorthin stellen? Das ist doch abgeklärt worden. Oder irre ich mich jetzt total? Hatten wir das nicht abgeklärt, ob wir unsere Gerätschaften... Ja, ne? Ich muss aber gestehen, ich weiß wirklich nicht mehr, mit wem. Ich wäre jetzt gerne hier einfach schräg drüber gefahren, aber das lassen wir. Wir fahren natürlich ordentlich. Wir fahren auf der Straße entlang, wo ich gerne abkürzen würde, aber... Das Risiko gehen wir nicht ein. Ich bin auch der Meinung, ich bin auch der Meinung, dass es hieß, wenn wir hier unten ein Feld haben, dann können wir die Gerätschaften auf dem Feld natürlich auch lagern. Und wir haben halt gesagt, naja, dann holen wir uns. Deswegen haben wir uns doch Feld 10 überhaupt geholt. Ich schaff das nicht mehr. Ich bin auch der Meinung, dass wir das so geklärt hatten. Hier steht übrigens auch eine Göwal, ne? Auch ganz unvorteilhaft. Einfach da mitten am Rand abgestellt. Nur Spaß, ne? Nur Spaß. Ihr wisst, wie ich es meine. Aber ich weiß gar nicht, wo ich hier die Göwal hingestellt hatte. Stand die so im Weg? Realtalk? Ich hatte die... Wartet mal. Ich hatte die hier an den Rand gestellt, ne? Da habe ich nämlich noch so gedacht, okay, wird wahrscheinlich niemand langkommen. Hier ist Ton aus. Honey. So. So, Wolle. Ich gebe das erste Gras oder überhaupt das Gras in die Göwal. Ja, ja. Das ist das einzige Gras, oder? Ja. Wenn nicht irgendwo noch was liegt, dann sollte das das einzige sein. Aber ich bin ja der Meinung, dass wir gesagt haben, dass das jetzt das war, ne? Ja. So. Ja. So, ich fahre die Dings holen. Äh, die Apfelpaletten. Sehr gut. Dann mach das. Und dann würde ich sagen, nicht um die Göwal da unten, ne? Ja, genau. Ich werde sie jetzt gleich beim nächsten Mal anstellen. Gut. Okay. Dann sind wir aber auch am Ende für heute, ihr Lieben. Wild und jubilent heute wieder. Ja, aber wir hoffen natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall bei allen anderen mit vorbei. Die Kanäle sind wie immer bei uns beiden in der Videobeschreibung. Und dementsprechend würden wir für heute mal sagen, es war's und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.